Hallo, seid gegrüßt, Soldier of Duckwire. Ich bin wieder zurück im Spiel, Soldier of Forten Double Helix. Hab jetzt die letzten Tage eigentlich Unreal gezockt, hab das jetzt endlich durchgezockt und da dachte ich, es wird Zeit auch mal wieder Soldier of Forten weiter zu spielen. Jetzt muss ich nur erstmal wieder reinkommen, also zurück zum Spiel. Ja, hoffentlich. Ihr sitzt da oben vielleicht. Ich hab auch wieder zwischenzeitlich ein paar Texturen ausgetauscht. Und da oben hab ich auch schon eine neue Textur. Lies ich mir nicht nehmen. Ich wollte noch ein bisschen rumbasteln, damit man auch etwas Abwechslung hat hier im Spiel. So, okay. Wir waren ja letztens schon hier, da haben wir schon gemerkt, dass eine Explosion kam und dann hatte ich nicht weitergespielt. Und von daher aber eben mal gucken, ist hier noch irgendwas? Bevor wir zu Sam eilen. Moment, ich muss jetzt auch mal wieder mit Steuerung vertraut machen. Aber bei Unreal habe ich das alles ein bisschen anders belegt gehabt. Immer noch ein sehr kleiner Hammer. So, was haben wir denn hier? Junger Mann, Sie können nach Hause gehen. Die Show ist gelaufen hier. Junge Frau. Sie sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Der Bordstein. Ja, okay. Okay, okay. Da oben jedenfalls das schöne Plakat zu dem YouTube-Film, den ich mal mit meinem Mädel gemacht hatte. Cool. Aber sehr dunkel. Und ich kann, hab gerade gar keine Waffen. Kann da also auch nichts wechseln, nicht ranzoomen und so. Schade. Aber mal gucken, was noch ausgetauscht ist. Apropos Mädel. Ich muss ab und zu mal zur Seite gucken. Ob sie mich angetippert hat. Da sehe ich auch schon wieder ein paar nette Motive. Hier im Feuer. Weihnachtskarte mit mir. Ein Mädel und ich. Ja, werden gesucht. So ein richtiges Gangster-Pärchen. Bonnie und Clyde. Wie komme ich jetzt hier rein? Brennt doch überall. Jetzt geht das wieder mit den Treppen los. Mal gucken. Brenne ich hier einfach zwischen? Nein! Das tat richtig weh an den Füßen. Und das erst. Hallo, ich stehe doch extra hier drauf. Was ist denn los? Hat ein bisschen glimmen hier. Ich frage mich echt, was der für die Schuhe an hat der John Mullins. Was haben wir denn sonst noch hier? Ich muss mich mal kurz umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe ein paar Texturen hier auch ausgetauscht gehabt. Aber die sieht man jetzt wohl nicht mehr, da der Laden ja zerstört ist. Aber was man sieht, Plattencover hier. Halloween Party. Ein Mädel und ich, wir verkleiden uns zu Halloween ja immer. Hier bin ich als Jason vorhieß. Hier auch nochmal. Das war auch Halloween. Plattencover. Im Neonlicht. Ja. Aber ich hatte eigentlich auch das, den Kalender, der da an der Wand hängt. Aber der ist nicht mehr da. Sci-Fi, History. Okay. So, erstmal schön umschauen hier. Out of order. Jawohl, jawohl. Sehr kantige Rohre. So. So. That was close. Jo, war close. Ihr seht es vielleicht auch hinter mir. Es ist hell. Normalerweise spiele ich immer abends. Aber heute habe ich mir gedacht, ich setze mich mal so ein knappes Stündchen hier hin, bevor ich Essen mache und zocke eine Runde. Ja. Ich habe hier immer noch nicht bei Soldier of Forten rausgefunden, ob ich eine Taschenlampe habe. Ey. Geht es nicht hoch? Hier ist doch sehr dunkel. Das Fensterlicht von hinten scheint mir auf dem Bildschirm. Ungünstig. Kann ich nichts nehmen. Ich habe auch keine Waffe. Da sollten wir wohl nicht durch. Da ist eine Waffe. Ah. Oh, Sam. Ich schnuppere noch ein wenig am Boden. Ich schaue, was ich... Was war das? Was war das? Oh, da. Was ist hier gebumst? Da ist was kaputt her. Und hier noch? Und hier noch? Hauptsache die Technik ist noch in Ordnung. Okay. Okay. Aber wo habe ich eigentlich speichern gehabt? Ich muss hier ja öfters mal speichern. Ich bin sowieso... Boah. Hier sehe ich gerade gar nichts. Was mache ich denn hier? Da ist Feuer. Da ist Gas. Da hinten ist irgendwas. Na. Rettung naht schon. Sirenen. Okay. Ist ausgegangen. Hier geht es hin. Hat uns nicht weitergeholfen. Äh. Boah, ist das dunkel hier. Ich hell das ja immer nachträglich so ein bisschen auf. Boah, das wird dann extrem pixellig alles. Ah, da kommen wir jetzt durch. Kann ich Sam eigentlich mitnehmen? Sam? Oder geht das? Sam? Willst du nicht mit? Sag doch mal Sam. Sammy. Der. So, der freut sich doch lieber. Über der Bodenplatten. Ah, jetzt. Oh, ich habe ihn genommen. Ah, aber schwierig. Hä. Gut. So sind wir. Sie Kumpels natürlich retten. Äh, ich komme nur nicht weiter. Was ist denn hier? Ich sehe nichts. Ist da irgendwas? Hänge irgendwo fest. Wo bin ich denn hier fest? Boah, der kommt nicht über die Platten rüber. Ich komme jetzt. Ja. Dopp, 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 dopp. Oh. Feuer von oben. Heute kriegt der Sam ja ab. Hehehe. Nö. Äh. Sam? Mal da drüber. Nö. Moment Sam. Ich muss dich mal hinlegen. Platsch. Immer mit die Visage auf dem Boden. Wie geht das denn hier? Was kann ich denn hier machen? Der muss doch hier rauskommen. Hallo? Nichts. Oh. Ah. Drauf springen. Okay. So jetzt. Komm Sam. Der Weg ist frei. Das ist nur eine Fleischwunde. Und schau. Woo. Ja. Sind wir autorisiert, hier drüber zu gehen? Schwer. Wum. Oh. Die fetten Klopper hier, die schubsen wir mal eben so zur Seite. Nur drüber gehen wollen wir nicht, oder? Oh Mann. Sam, komm, du schaffst das. Nee, nicht Sam. Ähm, John. Jetzt. Geh doch mal drüber. Das ist echt verzwickt hier. Ah. Da geht's. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ich damals auch so frustend empfunden habe mit den Treppen. Das ist schon so lange her. Das ist ja schon 16 Jahre oder so her, dass ich das gespielt habe. Aber damals war ich auch irgendwie noch etwas fitter und jünger. He. Rechtzeitig da rausgeholt. Außerdem habe ich damals wirklich viele Shooter gespielt. Jetzt ist das ja eigentlich erst der zweite neben Unreal hier auf dem PC. Ich habe ewig nicht mehr am... Nothing to see here. Everything's under control. We'll take it. Are you crazy? We've got to put this fire out. Protect the surrounding buildings. Let this one burn. But you can't just... We can and we will. This is a... Lassen Sie es brennen. Oh, die Men in Black hier. Kümmert sich auch jemand um die Verletzten? Hallo? Da hinten, äh... Ist schon jemandem die Frau da hinten aufgefallen, Jungs? Hallo? So. Der Feuerwehrmann, der wärmt sich die Fingerchen. Jünger Mann? Schön so ein Feuer, ne? Oh, was jetzt? Ja. Jedenfalls ist der zweite Shooter erst wieder am PC. Und ich habe jahrelang nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte war damals sowieso, als mein PC noch funktionierte, war... Skyrim, glaube ich, hatte ich gerade angefangen. Skyrim? Nicht Skyrim. Skyrim? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jedenfalls, das muss schon... Was haben wir denn hier? Waffenlager wurde zerstört. Sein glätscher Zustand ist kritisch. Sie fürchten, dass er sich immer noch in Gefahr befindet, da er einer der wenigen Agenten ist, die von dem Zwillingsvirus wissen. Die Zerstörung des Waffenlagers muss die Tat eines Maulwurfs gewesen sein. Eines Spions innerhalb der Shop-Organisation. Die Paramedics took Sam to the hospital, and the fire is now under control. If my hunch is correct, Sam is in a great deal of danger. He's the only one who knows who the Maul is. Until I can figure out what he knows. I can't trust anyone. Ja, letztes Mal jedenfalls. Zwischen sechs oder sieben Jahre, wenn nicht so länger her, dass ich am PC einen Shooter gespielt habe. Und ich muss da echt wieder reinkommen, überhaupt am PC zu spielen, weil ich in letzter Zeit nur noch eine Konsole gedaddelt hatte. Mein PC ist so vor fünf Jahren komplett, hat er den Geist aufgegeben. Ah, ich sehe hier wieder Bilder. World of Batman. Das Spiel, für das ich ja so maßgeblich verantwortlich bin. Und auch hier der Doktor, dem sie vertrauen können. Mua. Sehr fesch, ja. Und irgendwann ist mein PC kaputt gegangen und ich hatte keine Lust mehr aufzurüsten. Hallo? Nü-hu. Und habe dann nicht mehr weiter gespielt. Dann habe ich auch ein paar Jahre gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, so drei Jahre habe ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr gespielt. Aha, aha, Dr. Michael Nelson. Da, 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 da. Und ich habe mir dann irgendwann eine Playzie gekauft. Wuss. Die Playzie gekauft und dann irgendwann angefangen halt nur noch auf der Playzie zu daddeln. Und am PC gar nicht mehr gespielt. Und ich muss mich echt, he he, hier bin ich auch wieder. Zu Wop-Zeiten noch. Da hatte ich noch leichten Haarflaum am Kopf. Sah noch deutlich frischer aus, ja. Da unten Darkwire. Sehr guter Kanal auf YouTube und so. Kann ich euch nur empfehlen. Da hatte ich mal ein Bild für meine Mädel gemacht. Und du, dir gefällt das da unten? Hallo? Sweetheart. Sarah, bist du es? Und von daher, naja. Ich muss echt erst wieder reinkommen. Auch mit den Tasten. Ich merke schon, dass ich hier immer wieder Probleme habe. Ich muss dich helfen? Ich bin hier, um zu sehen, Sam Gladstone. Name, bitte? John Mullins. Hm. Ah, ja. John Mullins. Wie geht's Sam? Ich bin sorry, zu sagen, er ist in kritische Kondition. Da gibt es keine Chance, dass er es durch die Nacht wird. Da ist jemand anderes gekommen, dass er ihn nachher schaut? Da war, äh... Madeline Taylor, die hier kam über 20 Minuten vorhin. Sie hatte ein paar Regeln mit ihr mit ihr. Dankeschön. Finde ich. Raum mit Wachmann. Hier ist ein Raum mit Wachmann. Aber, ne, du bist gar kein Wachmann, ne? Wo bist du eigentlich? Aha. Das sind einfach einen sehr steifen Kragen. So. Einbar ist ja auch alles verbarrikadiert. Was ist denn da für ein Krankenhaus? Das ist ja auch alles verbarrikadiert. X-Ray. Das ist ja niemand. Aber echt. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend in das Krankenhaus. Der ist auch schon auf der Flucht, im Morgenmantel. Guten Tag, guten Tag. Oh, was haben sie denn da am Kopf? Nicht schön. Junge Frau? Die beachten mich gar nicht. Als gäbe es mich gar nicht. Oh, hier wieder. Hitman. It's me. Nummer 47. Und mein Mädel. Und hier, dieser Blick. Dieser Blick, nicht Glück. Wow. Sehr cool. Da steht ein Wachmann. Da hinten ging es jetzt nicht rein, oder? Hallo? Kommst du nicht rein? Nee, Patienten ausgeschlossen hier. Gucken sich die Wände an, gucken sich die Türen an. Als Exit. Okay. Sehr cool. Sehr cool mit den Bildern. Das macht das Game nochmal. Ich spreche aber lieber. Ich glaube, hier geht es ab. Hallo? 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 Immer die Waffe am Anschlag. Im Anschlag? Am Anschlag? Am Anschlag? Im Anschlag? Im Anschlag? Im Anschlag? Im Anschlag, ne? Das ist gut. Ups. Ich sag doch, hier passiert was. Ich wusste es noch. Taylor! Ich hab da gar keine Waffe. Die haben mein Mädel angeschossen. Gespeichert hatte ich aber nicht. Uh, jetzt ist der tot. Jetzt muss ich den seine Waffe haben. Boom. Oh, 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 oh. Du verlierst aber ja ein Schirmloat. Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht gut aus. Aber der ist jetzt nicht so wichtig. Taylor! Geht's Ihnen gut? Kann ich hier raus? Oh, ich kann hier raus. Alles voll. Was mach ich denn jetzt? Soll ich jetzt einen Arzt rufen? November. Was mach ich denn jetzt? Oh, kann ich aufschließen. Hallo? Ist hier wer? Da ist Energy. Oh, und ein Shield. Energy brauchen wir noch nicht. Das heben wir uns auf. Sehr gut. Zu. 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 Ah. Hallo. Da haben wir einfach so einen Muni im Krankenhaus und auf dem Boden rumlegen. Kommt ja schon mal vor. Und noch eine Tür. So. Ich speichere hier ohne Ende. Oh, ich sag doch. Wo denn? Habe ich dich? Habe ich dich? Habe ich dich? Anscheinend nicht. Ich stehe dich aber auch nicht. Ich stehe dich aber auch nicht. Jetzt habe ich dich. Gut. Oh. Wusste, da kommt einer. In die Nüsse. Yo. Sehr schön. Shotgun. Einen Heel holen wir uns. Eins. Eins wollen wir noch. Nur eins. Dankeschön. Ich habe jedenfalls Zolljob-Pforten gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. Aber ich nippel hier doch recht häufig ab. Ich meine, ich war noch nie besonders gut. Ich habe immer... Jawohl. Ich habe immer gerne Shooter gespielt. Aber am liebsten, wenn sie leicht sind. Wo ist denn hier wer? Ja, super. Und jetzt? Soll er? Er ist auch hier. Oh, oh, oh. What the fuck? Das konnte er noch sagen. Jetzt kann ich mir ja gar nicht alles hier schön angucken. Da kommt da jemand, oder? Jopp. Oh, noch einer. Mann. Zu. Zu. Was? Ja. Ist da hinten jemand? Sind da hinten welche? Geh weg da. Da rennt der da rein, der Olde. Hat er sich eine Waffe genommen? Hat er jetzt eine Waffe in der Hand, oder? Der mit dem Morgenmantel. Hat er echt eine Waffe? Und einer kniet da noch. Geh weg da. Geh weg. Kannst du den, der da kniet, mal erschießen, du? Morgenmantel-Putzi. Geh weg. Geh weg. Alter. So. Geht dat. Alter, Kriegsveteran, wa? Energie sieht gut aus. Sehr gut. Hier alles frech. Alles frech. Ganz vorsichtig. Wo muss man überhaupt hin? Oh. Oh. ist er dort 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 alles weg? Ruhe im Karton Uh, wo? Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Da. Seine Knie. Leute, ich wollte auch noch ein bisschen gucken hier. So ein bisschen stöbern. Was war jetzt in dem einen Raum, wo die da gerade waren? Die will mich auch noch plündern. Na, geh rüber. Das ist nichts. Wir brauchen alles an Muni. Okay. Wo kommt, wo seid ihr? Ey, Penner. Penner. Genau. Hier von allen Seiten. Wow, wow. Wie viel habe ich denn noch? 15 Minuten noch. Es ist bald Essenszeit bei mir. Neckere Kochen. Erstmal Muni einsammeln. Oh, Schutzweste. Wow, wow. Penner. Ich habe doch gerade Energie geholt. Ich bin anscheinend ganz gut bedient mit Muni. Sehr schön. Mal hier Handtisch hin. Wahrscheinlich noch eine Energie. Ja. Haha. Ich sage immer Energie, ne? Das ist den einen oder anderen bestimmt schon aufgefallen. Und der eigentlich hielt. Aber ich sage es auch nicht. Ich sage zu hielt immer Energie oder Power. Boah. Hier ist ja ganz viel. Leute. Gut versorgt hier. Ich weiß, soll ich mich immer daran gewöhnen, dass ich hier jetzt sage. Ich sage jetzt los. Okay. Hätte ich gar nicht hin. Achso. Ich glaube, ich verstehe. Penners. Wir fahren mit dem Fahrstuhl. Bisher sieht es gut aus. Für so ein... Boah. Jaja, ich hätte ihn beinahe umgenähtet. Oh, hier wird auch spiegeln verkehrte Sachen. Die haben echt nicht aufgepasst beim Textilieren. Die sind doch so bescheuert hier. Hallo? Komm raus. Wo bist du? Keine Ahnung wann ich zuletzt gespeichert habe. Ich speichere jetzt immer. Danke fürs Warten. Brenner. Fuhr. Da kommt doch runter. Ey. What the fuck, ey. Halt, falscher Knopf. Ey, warum? Beugst du dich nicht? Bumms. Ein Schuss, ein Treffer. Oh, hier auch spiegelverkehrt. Super. Wir haben es wieder richtig rum. Oh, sind aber richtige Fans von mir als Hitman hier. Bloody Skyline. Energie sieht gut aus. Wer läuft? Wer wandert? Ohohohohoho. Ey, wie. Ihr Penner. Puh. Komm wie von draußen rein. Wie hängst du denn da? Hm. Hudi bodi. Hudi bodi. Hudi. 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 Biff. Benut. Gehlts noch. Hey. Irgendwie tut sie die Taste gar nicht recht. Gehlts. Zu nah an der Wand. Wo bist du? Wenn man zu nah an der Wand steht, dann funktioniert die Kasszente. Dann kann man sich nicht zur Seite wenden. Da ist doch einer. Wow. Ich bin noch furcht. Oh. Gefunden. Oh. Energie wird knapp. Schild ist gut. Ich hab doch gerade gesagt. Energie wird knapp. Wow. Oh. Ich seh nix. Holkastmaske. Nicht zu nah an der Wand. Der ist nur dumm. Muss ich hoch? Muss ich gar nicht da hinten rum. Nicht zu nah an der Wand. Nicht zu nah an der Wand. Was war denn da näher? Hier gehts runter. Muss ich jetzt hoch oder runter? Die Tür auf. Hier ist dunkel. Scheiße. Hier ist nur der Hof. Ich glaub ich muss hoch. Stufen. 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 Und wo? Wo? Von wo? Wo? Ich seh überhaupt keinen. Hey. Wie kann der da durchschießen der Penner? Penner ey. Hast du wenigstens die Tür aufgelassen? Ist da was drin? Oh. Ist die Treppe. Da muss ich hoch. Irgendwie grad nicht auf. Aber ein Healt wär jetzt wirklich schön. Ich sag ja. Wär jetzt schön. Schöner Sprung. Das war ein schöner Sprung. Ein Loch im Boden. Okay. Blöder so ein Loch. Ich brauche Healt Leute. Ich brauche Healt. Ich kann jetzt nicht speichern ohne Healt. Leute. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Oh. Ja. Er ist. Kaputt. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ach wir waren im Keller wieder. Shit. Da kam einer raus. Diesmal nicht. Na. Hör wieder dieser hübsche Sprung. Na. Geh auf. Geh auf. Hey. Diesmal ist besser gewesen. Ja. Wir speichern aber egal. Wir gehen jetzt mal hier rum. Falls war. Ach hier ist ein Fahrstuhl. Oh. Der bringt uns nichts. Nee, nee, nee. Nichts mehr zum Beispiel. Wow, ist da noch einer? Das ist der Blöde mit dem rumbeugen, irgendwie ist das ziemlich verbuggt hier. Gib mir doch mal ein Heal, Leute. Oh, super! Voll eingelaufen! Hab ich dich? Ja, hab dich. Leute, eben habt ihr mir da Berge von Heald gegeben und jetzt, nix! Heald, 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 heald! Moment mal eben, ich muss kurz tippern. So, alles aufgelernt. Mein Mädel fragte mich, ob ich denn schon Essen mache. Ja, ich fange jetzt an. Ach, das ist der von der anderen Seite, okay. Hier haben wir wieder schöne Poster, Spiegel verkehrt, richtig rum, Spiegel verkehrt, richtig rum. Wunderbar. Hm. Sonst war hier nichts. Das heißt, wir dürfen hier aus dem Fenster raus, ne? Greifen die mich jetzt hier draußen auch an. We need backup now. The hit's gone south. We need more men to finish the job. Proceed to your checkpoint. Reinforcement's on the way. Roger. Okay. Äh. Was habt ihr das gesehen? Wieso sehe ich den von der anderen Seite? Penner. Wieso? Sind wir doch nicht da, wo wir gerade waren? Sind wir einen höher? Ja, wir sind ja eigentlich höher gefahren. We need backup now. The hit's gone south. We need more men to finish the job. We need more men to finish the job. Team action. Reinforcement's on the way. Roger that. Over. Komm schon. Jetzt hat hier jetzt eine Granate reingeworfen. Was denn jetzt? Ach. Da wieso? Ich wusste doch, da ist noch einer. Ich komm rein. Wenn ich's schaff, ihr drüber zu kommen. Ey. Komm. Komm. Komm jetzt da drüber. Ich muss doch da rein, oder? Oder soll ich bei hier rein? Ja. Oh. Da kommt nicht durch das eine Fenster. Ist doch echt bescheuert. Wow. So. Ich will jetzt aber auch gleich sagen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ähm. dass mein Part jetzt so langsam hier an der Stelle zu Ende ist. Ich wollte ihn nicht ganz so lang machen. Bin ja schon froh, dass ich bis hierhin überlebt hab. Flatschi. Puh. Unit 4. Check. Check. Oh. Alle tot, Leute. Hoppe ist noch'm aufräumen. Wer kommt? Von wo kommt wer? Ja. Ich kann gerade nicht erkennen, ob Zivi oder... Steht da noch einer? Ich seh' dort nicht. Hallo? Bewegt sich noch was? Dürft ihr eigentlich nicht mehr, ne? Der hat Hielt verloren. Hier ist ein Fahrstuhl. Sehr schön. Okay. Moment. Hier ist zu. Und von daher würde ich sagen, ich hab jetzt wieder so meine Zeit erfüllt. Ich wollte immer so zwischen 30 und 40 Minuten machen, weil ich auch festgestellt hab, dass dann mein Render-Programm da ein bisschen besser mit klarkommt und die Tonspuren nicht immer ganz so asynchron sind. Weil ich bin die mal nachher nachträglich am Randfriemeln, dass sie halbwegs passen. Und von daher, und weil ich jetzt endlich mal Essen machen möchte, ist an dieser Stelle Schluss mit dem neuntigen, äh mit dem heutigen, nicht den neuntigen, sondern dem heutigen Part Soldier of Forten. Also, macht's gut. Bis dann. Soldier. Bye.